Hey Leute, Herzlich Willkommen zur dritten Folge von Happy Wheels. Skanda ist neben mir. Hallo. Ja, hallo. Er hat auch einen Kanal, ihr wisst es wahrscheinlich schon. Er macht aber im Moment keine geile Videos. Sein Kanal heißt Skanda Hunter. Ihr könnt auch darüber gucken. Und? Ja. Ja. Da heute Halloween ist, machen wir so ein kleines Halloween Special. Sechs Minuten zog ich. Sechs Minuten zog der. Und wir haben hier so Slender Level gegoogelt. Äh, so. Und es geht jetzt los. Mit dem ersten Level, das heißt Slender und tausend Ausrufezeichen. Oder ein paar halt. Und was passiert hier? Oh. Ich bin tot. Timmy. Nicht nur Timmy. Timmy ist wichtiger. Ich muss einfach... Zelt drücken. Ja, lass doch los. Super besser. Wieso der? Pfff. Brav. Was passiert jetzt? Fail. Ich glaube das Level ist nur zum Troll da. Das nächste Level heißt Slender. Ja. Ja. Wie fühlt's. Guck. Hä? Was muss ich hier machen? Den Timmy runterholen. Denk ich auch. Ups. Hä? Vielleicht musst du den irgendwie anders nehmen. Holen. Ich weiß nicht was ich hier machen muss. Hey. Deswegen ist das Level wahrscheinlich auch so schlecht bewertet. Slender Woods. Das nächste Lender Woods. Das nächste Lender Woods. Wie ist denn die Bestgewerteten? Oh. Ich hab ne... Leuchte. Da. Ja. Oh du brauchst. A. Es kommt und holt. Muss ich jetzt einfach nur rumfahren oder? Das passiert hier nicht. Keine Ahnung, bestimmt kommt gleich irgendwas. Haha. Das hört sich ja irgendwie an, wie so, als ob jemand in den Zonen gerät. Ja, irgendjemand. Ist wahrscheinlich Slender. Ja. Sehr wahrscheinlich. Drei Minuten sind aufgelaufen. Wo? What the fuck? Darf ich weiterfahren? Er hat so fucked. Ich glaube, ich müsste dann schnell weiterfahren. Jetzt hat er mich aufgefressen. Was hast du so gemacht? Ich bin schöngeblieben. Weil du dich erschreckt hast? Ja. Ja, weiß ich, vielleicht musst du ja weiterfahren. Wahrscheinlich. Wir versuchen es mal. Ich habe mich voll erschreckt. Es kommt gleich wieder dieser Baum, wo ich drüber sprengen muss. Ich glaube, das ist er. Nein, kommt das nach vorne. Ich glaube, jetzt kommt das Slender. Hä? Versuch mal, es da zu springen. Und vielleicht ist es einfach das Ding zu da, um zu erstrecken. Ja. Versuchen wir es noch einmal. Ja, einmal noch. Aber da war doch irgendwas Weißes. Ah, ich glaube, das war der Geist, oder? Da oben steht, ich muss acht Coins einsümmeln. Aber irgendwie muss es doch so. Versuch mal über den Geistern zu springen. Oh. Ist nur nicht der Baum. Aber da kommt doch erst hinter so einem Baum her. Jetzt kommt er gleich, glaube ich. Hä? Ach. Jetzt ist nichts passiert. Na, egal. Das Level ist wahrscheinlich auch so komisch. Oh, gut gewertet ist es. Ich muss dir kurz ausrichten. Sorry, Leute. Ich habe jetzt auch kurz Pause gedrückt, weil meine Mutter einfach so ins Zimmer eingekommen ist. Slender Forest mache ich noch und dann tausche ich mit Skander. What the fuck? Lecker. Wie komme ich hier? Sorry, ich mache hier gerade alles kaputt. Töte es. Hast du es gesehen? Es ist verschwindet. Töte es. Wie? Keine Ahnung. Das ist zu gruselig für mich. Jürgen, wieso? Wer schreit da so rum? Das ist dieser Geist. Das ist ein Mädchen. Kannst du keine Frau aufhören? Boah, das ist ein Mädchen. Okay, pass jetzt hier. In den meisten Horrorfilmen ist es ein Mädchen oder eine Frau. Das ist so komisch halt. Wo ist ich hier noch rum? Hört sich an wie so eine Baby-Born-Puppe, wenn die Hände. Ah, okay, jetzt ist ein bisschen laut. Und jetzt wechsle ich kurz mit Skander. Ohne Frau-Sitzungspitzen. So. Okay, Leute, jetzt... Sorry, Leute, für diese erneute Unterbrechung. Wir machen jetzt wieder weiter. Skander hängt jetzt auch an. Ja, jetzt bin ich dran und ich wundere, wenn es irgendwie anders ist. Warte, dann nehmen wir mal Sister, der... Slender. Nicht Sister. Ja, ich hab... Ja, Slender. Du hast den Namen gelesen. Ja. So, okay. Mach mal die Maus weg. Sorry, Timmy. Oh. Das tut bestimmt weh. Wo gehst du hin? Da hoch, man muss da hoch. Heute ist Halloween, da passt es ja. Ja, deswegen... Mach mal so ein Frott. Oh, Gott! Okay! Im Auto war Blut. Ja. Hey! Okay, du bist... Nein! Mach das nicht nochmal. Okay, das ist irgendwie krank. Das zählt aber halb als Sieg. Okay, Leute, niemandem sagen. Hm, hm. Slender Craft. Okay, das hat nur einen Stern. Egal, Slender Craft klingt so wie Minecraft. Mal schauen. Okay, das sieht lustig. Oh, oh, fuck, wie schnell. Was? Okay. Das war jetzt ein kurzes Level. Ja, sehr kurz. Naja. Nehmen wir mal das nächste, das hat auch nur einen Stern. Das hat zwei Sterne. Okay. Hallo, Opa. Der ist ja groß. Alter! Fußball! Ne, du bist tot. Juh. Okay. Was musst du mal gucken? Niemandem sagen. Okay, das überlebst du irgendwie nicht. Vielleicht muss ich mich irgendwie ducken oder so. Aber wie? Bock. Okay, in dem Spiel gibt es wohl keinen Sieg, also machen wir jetzt weiter. Okay, schon wieder eine kurze Unterbrechung, naja. Aber ihr bekommt nichts davon mit. Slender Mann. Slender Mann, okay. Wenn den Papa, ja. Ne, ja. Oh, der hat ein Bart, der sieht aus wie ich. Ja, was denn? Das habe ich jetzt gerade gesehen. Wow. Ist der verrückt? Anscheinend. Timmy! Okay, du bist geteilt. Fail. Okay, wir machen es noch einmal. Da fliegen meine Gedärme rum. Ich esse das Wort. Gedärme. Nein, rum. Nein, nein. Nein! Okay, wir machen es noch einmal, um zu sehen, ob man es überhaupt schaffen kann. Warte ein bisschen, bis es... Ja. Habt ihr dieses Blutspritzen gesehen? Nein, nicht schon wieder. Sehr gut. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ich muss warten, bis das alles da liegt. Dann wirst du grüßen. Ja, ich muss doch dahin gehen, damit es überhaupt explodiert. Hey... Jetzt ist es eine Treppe. Ja. Da ist ein Arm geflogen. Nee, oder? Ich glaube, das Level kann man nicht so schaffen. Wahrscheinlich nur vom Design her angeguckt. Okay. Ein Level machen wir noch für heute. Noch zwei. Nee. Zeit reicht doch noch. Ja, so, guck mal, ob du das schaffst, überhaupt. Ja. So schnell. Uh, sieht schön aus. Okay, Buck. Ah, so fährt man, hier. Schnell, auf jeden Fall. Oh, total schnell. Das Ding fällt von alleine. Fehl. Ja, aber es sieht schön aus. Wir müssen, ich glaube, wir müssen einfach nur zugucken. Es ist so wie im Film. Mal gucken. Ich wette mich, da kommt irgendwas um Erschrecken. Wenn es mal schneller gehen würde, ist es auch geiler. Fünf. Nein, ich glaube sechs. Mal acht. Ja, was jetzt? Ach, glaube ich. Nein, warte. Warte, man muss acht einsammeln. Und es sind gerade fünf. Da ist noch eins. Hey, da kommt gleich was raus. Nein. Nee, doch nicht. Aber irgendwo kommt was raus. Das ist doch sieben. Noch ein Zettel brauchen wir. Hä? Oh, es rennt. Oh. Ey. Oh. Oh, mein Gott. Alter. Okay, nach diesem Herzinfarkt beenden wir diese Folge jetzt. Und ja, danke, wie Sie zugeschaut haben. Auf Wiederhören. Ja, oder. Bewerb Sie dieses Video bitte. Positiv, wenn es geht. Ja, wenn ihr es gut fandet und wenn nicht, dann ist mir egal. Ey, es ist nicht für schwache Nerven. Und ja, wir sind uns da beim nächsten Mal. Morgen kommt endlich vielleicht ein Kurzvideo oder gar kein Video. Und am Sonntag kommt dann wahrscheinlich wieder das nächste Happy Wheels Video. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.